Willkommen auf dem Kanal. Wir spielen heute World Wheelhouse. Ein wunderschönen guten Tag jetzt bei uns auf dem Kanal. Wir haben ein neues Game am Start. World Wheelhouse ist ein Free-to-Play, bin ich der Meinung, über Steam erhältlich und bei mir ist der smarte Benni, grüß dich. Hallöchen. Hallöchen, Pupp-Ölchen. So, Benni, hast du von dem Game schon mal was gehört? Gar nicht. Gar nicht. Wunderbar. Ich erwarte viel. Okay. Also lass uns einfach mal gucken. Wir machen einfach ein Death-Game. Chapter 1. A walk in the woods. Ah, geht mir jetzt nicht gut. Wir sind hydriert. Klasse. Wir haben uns verloren. Wir haben uns verloren. Verlaufen haben wir uns. Okay, das ist schön. How to play? Look around to holding the left mouse. Aha, okay. Alles klar. Oh, cool. Schön. Oh, was soll ich hier? Hör mal. Oh, wir können einzoomen. Ach ja, alles klar. There's no way. Okay. Das ist komplett am Arsch. Aha. Ach ja, alles klar. Okay. Okay. Bestehe. Walk in the park. A strange landmark. Hopefully. Okay. Findest du nicht schlecht gemacht irgendwie? Ja, schon atmosphärisch. The footsteps from back. Okay. Also wir müssen wahrscheinlich erstmal alles im Bild irgendwie anklicken. Äh, um dass es weitergeht. Okay. Okay. Ein Lappen. Ah ja. Es freut mich auf, wer sowas hier hinhängt. Oh, hier. Gib mal. Oh. Kate. Oh. Names und andere Markungen. Oh. 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 Oh my God. Oh. A human skull. It looks aged. And the creptid. The краptid? Is this from a shallow greif? Das ist ein menschlicher Fuß. Das ist doch der Sektor. Das ist doch ein Bein. Oh Gott. Ah, das ist ein Predator. Das ist der Predator. Ja, da kann man nur sagen. Geh zu den Chopper. Es wird auch nicht besser. Es sieht frisch. Okay. Ah, okay. Na dann, hau mal rein, Kumpel. Nee. Oh, schön. Das ist doch mal einladend. Getrocknetes Blut. Hm, schön. Wenn du nur guckst, darfst du auch noch ein paar Pilze finden, ja? Ne? Pilzsuppe. Pilzsuppe heute noch mal essen hier. Was haben wir übersehen? Haben wir irgendwo einen gelben Punkt übersehen, Benni? Also nicht, dass ich es sehen kann. Ach. Ach doch, unter uns. Hm, schön. Ah, schön. All the guts. Ja, nö, schön. Das war schön. Schön. Ach so, die Texte sind schon ziemlich heftig dazu. Oh. Oh, oh. Toll mal ein. Oh, 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 oh. Das ist zurecht. Also man muss ja mal sagen. jetzt ist ja es ist ja charmant wenn man stelle sich vor hier rennen jetzt halt einfach ein paar leute durch den wald irgendwie mit 360 grad kameras und packen dann so etwas hier anbauen okay also ich bin mal gespannt hat das hier noch so erwartet in the woods handschuhe alter a human dead is flashed ach ja so charmant charmant sagt dazu ja schon wieder i am sure das black clothes is a foreboding message ja er stirbt an hunger eigentlich ist es ein hübscher wald muss ich sagen so in schwarz-weiß bis auf die kawatten hier ja genau ja oh nein prime witch möchte uns die melodie sagen Der dramaturgische Bogen wird angezogen. Schön. Die Civilization. Wunderbar. Strange. Ja, das geht mir doch so. Geht mal weg, dann krieg ich, oh, befremdliche Gefühle. So. Er schreckt mich auch jedes Mal, wenn du da dahin schaust. Ja, ja, ich muss jetzt erst mal eins kurz nochmal. Die Steuerung ist ja, also die ist ja gar nicht mal so schön. So. Ach so. Gibt nichts. Guck mal, gibt nichts. Wunderbar. Chapter 2. Oh, das war Mavelhaus. Word, Word, Will? Wie wird das ausgesprungen? The Word, Will? The Word, Will. The path has made me to a clear rain. I've arrived at an old, delipidated house. At last, I have found sanctuary. Tja, schauen wir mal, ob er hier Schutz findet. Ja, da wird ja verkotzen, ich renne hin, Alter. Was ist denn mit ihm los? My oldest house. This sinister island. Ich würde da niemals reingehen. Wollen wir zurück? Gerne. Ah, ihr würd ja nicht rennen wollen, wa? Da würd mal lieber da die euren Gruselpuppen im Wald ankicken. Naja. Abwarten, die sind jetzt bestimmt im Haus. Hello. Hello, Sir. Haben Sie Zeit, über unseren Erlöser zu sprechen? Ist das ein Pferdekopp? Du, Captain, the head of wars. Ah, schön. Schön. Rusted tools. Okay. Ja, hier haben wir noch mal einen Kohlekeller. Hallo. Ah, kennen Sie? Covered in blood. Schön. Ja, ne, das ist, ganz, das ist, wo das ist, nein, blockt. Ja, dann ruf doch erstmal den Schlüssel im Pferdekopf. wahrscheinlich. Ah, schön hier, guck mal, hallo, also der, ich möchte mal sagen, der äußere Schein trügt, aber, hoppala, entschuldige mich bitte. Aha, 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 aha. Okay. schön. Steht auf Pferdeköpfe. Oh Mann. Aber guck mal hier, also, ist ja schon, eine Richtung passt. So, what's the way? Ah, hier. That is the way. Ach, wunderbar. Es gibt nichts über Familienfotos, wo die Gesichter so weggeblurrt sind. Hm, ja, aber sie sieht very rich aus. Schön, schön, schön. da hielt da nichts über random stuff. So ein Stockfoto. Och, eine schöne Bubenuniform. Salem. Ah, schön, schön, schön. Oh, Salem. You have 88 new messages. Playing message from 5 years ago. Noch bitte. Jacob, this is my final reminder about the upcoming board meet. A CEO and chairman on the board, you are responsible to answer the charges leveled against you. The meeting will discuss how you squandered company funds on gambling. You have not attended a single meeting for months and the board will also decide your future as chairman. Please respond, this is your company and it faces huge problems. So, jetzt nur noch 87 Nachrichten. Oh, ist aber, geil, dieser schwere Akzenter. Jacob, this is my final reminder. About the upcoming board meeting. Hello, my partner. Oh, what is this for a mystery sound? Und? Oh, das, das gucken wir als allererste diese Bilder oben an. Also, Claire war, irgendwie haben sie es wohl, äh, äh, mit Reiten, ne, mit Pferden. Also, entweder ist oben die Nussknacker, sweet am Laufen, oder die haben wirklich die lauteste fucking Standuhr, wieder Portrait of a Claire, äh, haben wirklich die lauteste fucking Standuhr, die gibt. Mmh, kannst du den Roten spielen? Äh, das ist Piano Sonata. Kann ich. Das ist der Ökert. Dann ist über so einen donnernden, Moll Akkord. Ah, gewaschen und gestärkt. It's going upstairs. Oh, oh, oh. Nein, es ist jutet. Ah, Fahrstuhl haben sie schön. Oh Gott, Alter, es ist auch alles hier. Voll mit Tant, ey. Viele Trophäen. Da würde ich ja nicht schlafen wollen. vor allen Dingen hier, was ist das hier? Ein Absperrpfosten? Oder, oder ist das hier? Ja, also man soll ja nicht richten, soll ja, hat ja jeder seine Präferenzen. Muss halt jeder selber wissen. Ach, so eine Porzellanpuppen, nee. Ja, so eine schöne Porzellanpuppensammlung, ist was, ist was fürchterlich etwa. Ja. Wo dann so, bei der Puppe, und auch so ein Auge halb offen ist, so, oh Gott. Mama, Mama, Mama. So, das wartet aber noch nicht. Oben, Decke? Oh, alter Fuchs, du. Some scratches on the ceiling. Ja. Aber guck mal, wo die, wo die, bei dem Ding, würde ich aber auch an die Decke hin zum Kratzen. Oh, Niveau, wo nie Niveau war, alter. So. Man, macht sich schon so eine, so eine, so eine Trisse, Depression hier so bemerkbar, war irgendwie, also, ich meine, das sieht ja alles jetzt nicht runtergerockt und schlimm aus, aber das ist halt einfach so, diese, was ist denn das, Alter? Was ist denn das? Ist das Fußwärmer, oder was soll das sein? Eine Wärmflasche? Was ist denn der Pin? Das ist denn aber auch eine ganz alte Wärmflasche. Naja, so heiße Wasser einfüllen hier oben, wisse, und dann, so Bettpfand-Style. Ja, Smoking Steve. Das ist der Tuxedo. Aber auch die Risse an der Wand. Downstairs Door opens. Footsteps! Footsteps! Was soll ich machen? Oder bei Verstecken. Was passiert denn jetzt, Alter? Someone is here. A better height. A better height, ja, na, ich, ich kann das machen, bin ich. Jetzt kann ich wieder machen. Was soll ich denn da? Ah, Schreck. Ist kein Outlast. was soll ich denn da machen? jetzt zieht es aber an hier auf einmal. was soll ich denn da machen? was soll ich denn tun? Stecker ziehen? Weiß ich nicht. Ja, na, na, äh, ich mach mal raus. Na? Hallo? Oh, der Smoking ist weg. Der Tuxedo ist, ist, ist gone. Ja, da war Robert Redford, der alte Pferdeflüsterer, da hat sich erstmal sein Smoking geholt. In Summit to Hide, aber, nee, wieso, wieso denn runter? Woll nicht runter. Das war keine andere Möglichkeit. Ja. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück. Was ist das jetzt, Alter, jetzt ziehen wir zurück zum Boot, oder was? Oh, wie schön. Aber das macht doch keinen Sinn. Na, er will jetzt anscheinend wieder zurück und irgendwie mit Holzbrettern das Boot reparieren. also, jetzt, sag mir doch hoffentlich, dass das Boot weg ist, oder irgend so weiter, ansonsten hätte das ja nur... ha, okay. Oh, oh, das kam jetzt unerwartet. ja. Ja. Oh nein, Alter, jetzt hier kehren die dunkle Bumsbude. Ach, du Scheiße. Son of Salem, chapter 3. You have 87 new messages, playing message from five years ago. Hello, Jacob. I wanted to speak face to face, but since you didn't show up in the meme, it's with the utmost regret I should tell you that you're fired effective immediately and the board has elected me, the new chairman and CEO of Wardwell Industries. Your actions have brought this company to its knees, but I will try my best to restore the once great name that your father built. Oh, and say hi to Kathy for me. Genau. That's a charmant type. Ohohohohohoho. Ohohoho. Okay, jetzt zum ersten Mal wirklich schön erschrocken gerade. Oh, jetzt sieht's gerade auch was. Die Dingsherrvornwurf, ne? Wir sind ja einzeln mal weiterge... Oh Gott. Oh, nicht in dieses. Oh Gott. Ach nee. So isa... Woh! Ho ho ho! Huh! Woah! Jetzt ist bloß hier! Ohh! Ja, nein! Super! Okay, da hat alle rute Augen! Oh Gott, wie war raus? Mit Glück, Bärme! Ja, tschüss, wunderschöne Zimmer des Todes. Schau, schau, schau. Wunderbar. Wurz, tschüss. Naja, wunderschön, Alter. A key, yes, a key. In den Schlüssel. Na, los, los. To a better place. So, jetzt versuchen wir wieder mitten in der Nacht zu unserem Boot zu kommen, oder wie. Äh, ja, wir sind irgendwie gestrandet, völlig dehydriert, an irgendeinem Lake. Und haben jetzt quasi den Wald durchsucht und haben ein Häuschen gefunden. Das Häuschen war toll. Sieht von außen scheiße aus, aber innen, die Innenausstattung, war schon mal schon nicht schlecht. Was? Wie, so wie, so easy, pray for any... Ja. Okay. Auf jeden Fall waren wir dann in dem Haus. In dem Haus ist denn irgendwas, irgendwer dazugekommen. Wir sind panisch raus, wollten wieder zurück zu unserem Boot, wollten es eigentlich reparieren und sind dann anscheinend im Kreis gelaufen und sind am Ende wieder beim Haus gelandet. Da es angefangen hat zu regnen, sind wir dann wieder ins Haus rein und danach wurde hinter uns abgeschlossen. Dann haben wir versucht, irgendwie wieder rauszukommen und versuchen jetzt wieder den Weg, also haben es dann auch geschafft, und versuchen jetzt quasi den Weg erstmal wieder zum Boot zurück zu finden, um das Boot zu reparieren, um dann wegzufahren. Irgendwie. Und wer ich das so erzählt hatte, sehen wir, wir sind da, wo unser Boot eigentlich sein soll. OH! UH! OH! JAAA! OH! Okay. Cool. Ja, fällt. Durchgeholzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020